Ich nicht, nein, nein, wenn ich so drüber nachdenke, nein, auf keinen Fall, einfach nein, von Prinzipien, nö, von Dong Jong, ach der Long Dong Jong, ja, 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 das ist John, ich war ganz kurz im Training, ich hab die Kanone quasi gesehen, oh, was machen wir denn, ach, rumpeln, wie rumpeln, Ich hab meine gute Zeit halt schon gehabt, oh, oh, geht auch nur euch zu mir, warum ich mich spiele ich das mit mir, ja, 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 wirst du, dass du so ein spielen wollen, nee, alles cool, da ist ja wohl alles in Ordnung, aber, aber, aufhaken, war mal eine Band, ach, schön, ich kenne, Das hab ich letztens zu meiner Kollegin, die auch vor mir stand, aber, und ich auch, aber war mal eine Band, hat sich aufgelöst, hat sich wieder gegründet, und, ja, ja, hab ich meiner Kollegin erzählt, die stand vor mir, hat sich geguckt, wie ein Auto, was will der von mir? Ich liebe es, wenn nicht so ein Junge verbreitet, sei ein Blöd, wenn ihr habt da wirklich Spaß bei euch. Jaja, jaja. Boah, boah, schade. War eine schöne Granate, leider Herr Dornaben, oder noch? Ja, 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 Aber das ist das intensivste auf der Arbeit jemals quert, du musst dich das werfen, wenn Warnsprüche nicht wissen, Achtung, GC, Gasflasche, Stand, Min, erreicht, sondern, oh, 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 guck mal draußen, die Gasflasche sieht diffundiert aus, und dann irgendwie so, ich war's ne Woche durchgezogen, jeden Tag, wir brauchen Röhrig als Warn, und irgendwann hör ich den Schichtlaut und sag, du, die Gasflasche ist diffundiert, das kommt nicht mehr, ich hab das dir so gesagt, Ah sorry, Miner... So, so'n rot blinkendes Lämpchen, wo einfach nur ganz fett in Buchstaben draufsteht, haua, 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 haua! Nee, ja, gesagt, ich mag zwei Alarmen, du bist aus, geh, lauf! Was?! Neee, mach die Tür zu! Oh, angetäuscht! So langsam, Scheiße! angetäuscht habe ich mich wohl getäuscht geschnappt den ich den von der bande gegebenen schwung geradeaus genutzt alle drei plus der vierte den keiner mag ich habe mich im ersten moment noch geärgert scheiße wie kannst du denn da dran vorbeispringen und in dem moment kommst du das kannst du nicht machen ich bin der tor hätte ich haben können hast du noch gehabt oder nicht die unangenehm das ist ein 20 ist nicht gut also ich meine es gut scheiße boah das war echt gut nein damit habe ich nicht ganz gerechnet der hätte er glaube ich war mir nicht sicher der hätte an die Latte gehen können aber ich hab mir den Magnet heute safe gemacht ich bin nicht im bild ich bin ich bin ich bin auch ich bin nicht im film drin ich bin ganz frech unabhängig ich bin wirklich nicht wie du bei mir rechts aus dem bild drehenderweise geflogen bist du sehr hübsch du bei mir auch ich bin super boah hä ich habe im moment aber auch ein richtig asoziales eitem glück also ich drehe mich um ich bin bei der hino also fünf toren ja 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 k ja 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 nein nehmen hier noch mal im fluch nachrede volt Sackos Nasus, Textoratein. Will ich die beste Aufschrift führen, wenn du nen Saxo fährst. Warum juckt ich mein... Saxo! Arsch! Ja, schade. Das hat funktioniert! Dafür warst du da, ich hatte da so Angst. Ja! Oh! Ich hatte auch ne Faust! Boah, knapp. Alphabit ins Torgeschoss. Ja. 108 Punkte, Kackloob. Oh oh. Nein! Nein, scheiße! Oh, Jungle! Torschus! Immerhin! Glanzparade! Ich hab auf dich geschossen! Du hast mich getroffen! Nein! Nein! Oh! War knapp. Kann man mal sagen. Kann man mal so sagen. Kann man mal so sagen. Boah! Kann man schon nicht überschnecken, ne? Kann man schon nicht überschnecken, ne? Die Pfosten klebt. Kann man ja nicht überschnecken. Ja, Pfosten, Sebel, schau ins Spiel, Mensch. Oh! 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 Boop! Ah, ja! Danke, مت! ial! Das geht's doch nicht. 200 Punkte sieht aus, dass ich nichts gemacht habe. Bewertung ist falsch. Was soll das mit gefahrenem Meter bewertet werden? Ich kann jetzt nicht gehen bleiben. Ich bin hier oben. Man sollte auch für Versuchspielstand verloren. Deswegen gibt es ja mittlerweile auch die Punkte für Ballberührung. Ja, aber ich komme ja nicht hin. Das wird jetzt anders. Pass mal auf, wie es jetzt besser wird. Das ist jetzt eingespielt und jetzt kommt wieder der klassische... Jetzt kühle ich gerade aus. Jetzt bin ich ausgekühlt. Oh, genau. Es ist vorbei. Ich bin ausgekühlt. Hallo Peter, ich bin ausgekühlt. Ich bin ausgekühlt. Ich bin ausgekühlt. Ja, gut. Funktioniert halt, ne? Oh, fuck. Ich fahre beide rückwärts. Guck uns dumm an. Boah, 0 Punkte. Kack, noob. Oh, Mist. Das war nicht gut. Kein Fehler. Nice. Tadaaa. Dann genau war das hier. Karma, instant Karma. Aller zwei Proben sind erst zu. Ja, ich hätte nicht wegfahren sollen. Das war blöd. Das mache ich sonst nicht. Oh, der Ball kommt in meine Richtung. Hol ich mir mal Boost. Ja. Machen meine Mates immer. Kein Problem, bin ich gewohnt. Mach es halt eigentlich nie, aber hier habe ich es immer gemacht. Ja. Ah, fick dich. Hart. Was? Mein Ball. Nicht mein Ball. Nicht mein Ball. Nein. Herzlich willkommen zu meiner Sendung. Befechtet für 5 solch was. Das war ein besserer Pömpel. Mein Gesicht ist ein besserer Pömpel. Guck mal, der gibt jetzt auf der einen Seite den Engagierten, der das anspruchsvolle einnimmt und auf der anderen Seite Pömpel. Und der mit den lächerlichen 4 Punkten, weil er einfach nicht zum Spiel beiträgt. Oh, scheiße. Ach du. Ach du. Ach du. Ach du. Ach du. Nein. Ja. Ich hab von hier hinten alles gesehen. Ich bin sehr super. Was? Was ist denn der Ball? Warum? So. Auf halber Höhe. Boost aus. Boost leer. Ja. Ah, scheiße. Ich war nix. Nein. Nee. Das ist kein Boost. Lassen wir das mal ein bisschen fahren und dann glauben wir ihm. Nein. Dann mal wegmachen da, Ton. Wegmachen Ton. Ja. Ja. Einen hin und jetzt mal. Das ist unfair. Ich hab sowas nicht. Da wird einer nicht mitmachen. Nein. Nicht gut. Ne Hester. Oh. Hups. Du bist mir reingesprungen. Das war mein Torbereich. Ach so. Entschuldigung. Nein Hester. Das war mein Torbereich. Das ist okay. Fuck. Ja. Das war ja dieser 8 Punkte Noob da. Kann ja gar nix. Tschüss. Das konnte schon immer nur einmal auf den Ball bolzen. Keiner wusste wohin gehen. Ja. Aber das konnte ich schon immer. Nein. Gibt's nicht. Doch das gibt's. Sonst hätten wir schlechten Fußball. Gibt's mehr als gute. Man mag's kaum glauben. Oh der war schlimm. Ah. Scheiße. Ach. Das war das Farbproblem. Ach. Köln. Ja. Da klickst du dir unserem Rad. Ja. Ich wollte dich doch reintreten. Ja. Doch. Kein Boost. Kein Boost. Schade. Hätte ich noch ein Stückchen warten können. Nein. Doch. Der Atmer will's aber auch. Ja. Ja. Ich dachte schon kriegst du ihn vorne. Ich war im Anstoß. Seit wann hab ich nach dem Anstoß einen Boost übrig. Und wo war denn meine Vorlage da? Ja. Geht schon. Aber nicht ohne Boost. Ne da geht's nicht. Ne da geht's nicht. Was? 10-2. Ich muss dein Gedanke. Ja. Was? Oh. Oh. Mein Plan war so gut. Dann geht er da dazwischen. Ich weiß nicht. Und ich muss aber mal wegschauen. Oh. Nein. Ich bin ja auch gefeiert, wie ich bin. Meine schön. Dann aber schon so, jetzt hör' mal arschloch. Ich fühle mich nicht ganz viel Talent und Präzision drin. Ich bin ja auch schon mit dem Hunden. Aber da hab ich überhaupt nicht am Hut. Ich bin ja auch schon. Das ist einfach nochmal ich schön. Wer will den jetzt? Keiner! Oh Gott, das ist ein bisschen nervig. Ja, mit sowas kommst du ruhig, weißt du, wir spielen ja auf dem sehr hohen Niveau. Guck dir das an, was für ideal Doppelblock haben für ein Sideswing. Unmöglich. Jetzt bin ich schon wieder im Tor. Da wieder nichts. So. Oh. Ja, Marie, ich hab's gegessen. Oh. Zack, Nase. Du bist mir reingesprungen. Du bist mir aufgefallen. Ja, oh! Nein, mein Fuß hast hart, meine Kopf! Du Opfer-Akkertone! Weißt du, ich zieh mal noch den Fuß? Zack! Boah! Dauert du in der Art noch nicht mit? Ja. Du war fies. Seh ich auch. Mach ja mal ein bisschen. Mein Fuß zirrt nicht jedes Antlitz. Oh. Oh. Ah, keiner geht dran. Jaaaa! Fuck! Ich hab irgendeinen Wichser geboostet, daraufhin hab ich irgendeinen Wichser geboostet. Ja, ich... Ich wollte eigentlich den Pibin wegtreten, dann hab ich den Handy weggetreten, der sowieso grad schon geboostet war. Jaaaa! Ah, das waren also zwei Wichser im Spiel! Das gibt's doch nicht! Man muss dieses Faktor halt dann auch treffen, wenn man die Chance hat. Ich bin wieder weg! Nein! Oh! Ach! Gott, ich willst ja... Nein! 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 Das ist wirklich... Nicht gut! Nein! Hihi! Knapp! Ah, Pibin! Ich so aggressiv! Doch, so aggressiv! Nein! Nein! Ja, den kriegt er doch! Er hat doch bei mir gelernt! Ah! Fuck! Ein kleines Stück zu hoch! Oh-oh, der bringt Power mit rein! Oh-oh, der bringt Power mit rein! Oh-oh, der bringt Power mit rein! Oh-oh, der ist Sack! Da hat ja wenigstens am Ende doch noch mal was gemacht hier! Ich dachte schon, ich mach die Punkte da ganz allein, weißt du! Oh-oh! 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 Oh-oh!